Jetzt fähre ich vor dir. Moin meine Lieben, hier bin der Stanley von TI-Core. Wir sind vorhin gestorben, ich bin mit Toxie und dem Floh noch unterwegs. Mal gucken, ob irgendwann noch jemand Neues dabei stoßen möchte. Also ich bin gerade wieder in Hotmull gestartet. Da hatten wir ja schon mal das Vergnügen zu starten. Ich glaube, es war sogar beim letzten Mal das gleiche Cup. Und so wie es aussieht, sind Toxie und Floh-Camp. Jo, wir sehen uns. Genau, die haben sich nämlich da oben direkt gefunden. Und wenn man hinterher mal auf der Karte guckt, also bis nach Kelm und Hotmull, das ist schon ein bisschen. Hast du gerade einen Treffpunkt markiert? Nee, will ich gerade. Ich sehe es nämlich gerade. Du hast wild. Wieso rennt deiner so schnell in meiner? Gar nicht mehr. So, als erstes kümmern wir uns immer um Wasser. Ja, Wasser müssen wir jetzt auch. Dafür gehen wir kurz in die Stadt. Ja, ich werde auch mal eben in diese Stadt da hinten rein. Abbrechen. Nid schon wieder positionsbestimmt. Sehne. Alles klar. Oh, bei mir ist alles so schön bunt, Leute. Richtig. Wieder. Trotzdem hätte ich gerne meine Sachen wieder. Ja, verdammt. Dieser blöde Schütze oder was auch immer, was da oben war. Gleich Flughafen aufs Maul. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, wegen Zombies. Nee, vorne links müsste gleich einer stehen. War es ein Brunnen oder ein Zombie? Nee, Zombie. Ja, ich laufe jetzt mal in das Gebäude, in den Bau-Dingsda-Bumse, weil da habe ich das letzte Mal einen großen Rucksack gefunden auch. Also falls du mich suchst, ich bin da. Ja, wir müssen ja schon anfangen, so ein bisschen die Häuser uns abzuklappern, aber das ist halt scheiße, ohne... ...Waffe gegen die Zombies da... ...anzugehen. Oh, ein Apfel. Badly damaged. Oh, war das Waffe? Geile Sache, ich habe eine M4. Ui. Also wir haben es diesmal jetzt auch ein bisschen anders gemacht. Christian hat gesagt, wir sollten mal auf einen PvE-Server reinspringen. Und wo ist denn da der Unterschied, Christian? Ein PvE-Server heißt kein PvP. Und für die, die gar keine Ahnung haben? Kein Spieler schießt auf einen anderen. Und wenn die es doch machen, dann passiert was? Dann werden sie gekickt und da habe ich einen großen Rucksack. Aha, so, das hört sich doch schon mal besser an. Also ich sehe hier in diesen Häusern war schon jemand. Nur freundlich. Farmen und ja. Nichts andere über den Haufen schießen. Die Bellesmasken habe ich. Die sind damaged. Vor allem zu... Vor allem gut für Leute wie uns, die gerade wieder alles verloren haben. Ja, also ich merke es gerade. Das ist gar nicht mal so verkehrt, wenn man... Und ich habe direkt wieder eine M4. Also ich habe bis jetzt noch gar nichts gefunden. Ich werde gleich auf jeden Fall mal eben was zu trinken suchen müssen. Ich habe eine M4 und ich habe einen riesengroßen Rucksack. Einen riesengroßen auch schon. Ja, die 35er. Ja, ja. Lag direkt daneben. Mann, Mann, Mann. Florian, hast du schon was gefunden? Jo, eine Axt und was zu essen. Ich habe noch gar nichts gefunden, Leute. Fällt mir nur noch das Magazin. Ja, du bist ja auch woanders. Er kommt mir ein Spieler entgegen. Eine Frau oder so. Grüß den einfach mal. Er dürfte dir eigentlich nichts tun. Also er textet mich auf jeden Fall zu. Nur wie kann man jetzt antworten? Äh, guck mal im Chat. Ich weiß es selber nicht. Ja, komm jetzt gleich in den PIN. Apfel, pristine, äh, Munition. Ich kann mich auch hinsetzen. Hallo? Do you want to make a campfire? I feel having a drink. Ja, gib it gleich. Ah, ja. Bei Stockwerke. So. Ich gehe jetzt einfach mal hier weiter gucken. Aber das ist auf jeden Fall farbenfroher wie vorher. Da haben wir eine Axt. Wunderbar. Das stimmt. Ich bin mal hier mit dem VoiceOver HIP und, äh, und äh, Audio. So, Soundwind automatisch. Ich habe eine Axt, also bin ich auch gegen Zombies geschützt, weil ich habe ja noch kein Magazin. Äh, Multiplayer muss das dann sein, weil. Pushtuch. Ja, bis sie feststellt, was ist denn. Rot und Orange. Ne, wollen wir nicht. Vielleicht nicht so vorteilhaft. Ja, Orion, hast du schon einen Brunnen? Ne, warte. Kann ich da aber gleich suchen. Ja, ich weiß schon, wo lang. Ich gucke auf die App. Mit der Zeitkönne, dass du es schon gefunden hast. Aber dann müsste ich nur die Hauptstraße langlaufen. Da haben wir wieder was. Oh, eine große Feuerachse. Wunderbar. Hallo, hört mich einer? Hallo. Ja, hallo. Ne, ich habe gerade hier. Ich will mal gucken, ob ich da wieder, äh, finde. Florian, soll ich deinen Rucksack mitbringen? 30er. Ja, wäre super. Wo bist denn du gerade? Ich bin in dem Hochhaus. Ah, okay, ich komme. Also, nicht in dem Hochhaus, du weißt, was ich meine. In der Baustelle. Ja. Ganz oben. Okay. Okay, hoffe, dass ich nicht wieder runterfalle. Ne, das sind normale Treppen. Äh, wohnen. Wick. Müsste ich dich ja gleich irgendwo sehen. Ich bin schon unten, im Keller. Ja, dann einmal bis komplett oben hin. Hey, lol. Jo, bin oben. Ne, bist du nicht. Ach, ne, ganz oben. Da ist noch eine Leiter. Wollten wir mir schon sagen, ich bin nämlich hier an der Treppe. Eine Leiter hätte es auch nicht gehen müssen. Da kommt er da raus, genau. Meiner will trinken. Beide auch. Meiner auch. Werde ich jetzt auch als nächstes tun. Hier. Ja, alles fertig. Super, danke. Werde ich jetzt auch so gerade tun. Feuer-Axt. Schade. Was ist jetzt? Da habe ich mitgenommen. Brauchst du eine Feuer-Axt? Ich habe eine normale Axt. Nimm doch lieber die Feuer-Axt. Okay, wo bist du? Äh, Treppenhaus einfach runter. Achso, okay. Die liegt dann auf dem Weg. Ich hatte überlegen, wo denn hier im Grunde ist. Da ist ein Zombie. Ja, mach ein Blatt. Nee, ich habe noch gar nichts. Ich habe jetzt eine Maske auf, eine Brille und das war's. Siehst du, da fähren wir mir schon einen großen Rucksack. Ich habe eine M4. Ah. Ein Magazin oder sowas. Habt ihr ein Glück, ey. So, jetzt laufen wir einfach die Hauptstraße rein technisch gesehen entlang. Achso, wir haben uns übrigens mit der App iSurvive, ähm, kann man sich halt Worten, man kann ein Grobemail stellen und diese auch mit dem Passwort versehen. Dann kann man sich Treffpunkte und so weiter ausmachen oder auch den eigenen Standorten markieren. Bummistiefel habe ich gefunden. Hä, Sonnenbrille. Der hat sich auch hier vorne gerade gefunden, im Stall. Ja, ich gucke gerade nicht. Ich suche gerade nach dem Brunnen. Ja, den Brunnen suche ich auch noch vergeben. Warte mal, der war doch auch irgendwo hier. Ein bisschen, ein bisschen ranzoomen. Müsste immer noch dieser hier sein. Ach, nö. Da kommt Tom B, der kommt auf mich zu. Nehmen wir mal die Achse in die Hand. Naja, komm. Fingste gleich, ey. Ich bin am Bluten. Scheiße. Das ist schlecht. Kannst du das T-Shirt zerreißen? Echt? Ja. Muss ich zuerst ausziehen wahrscheinlich. Ja. Boah, so hier, Wasser, Wasser, Wasser. Alles klar. Use. Sau gut. So, alles klar. I'm not longer bleeding. Sehr schön. So, jetzt nur noch den Brunnen wiederfinden. Ah, wo sind wir denn hier? Ich würde ja gerne auf M drücken für Map, aber bringt ja nix. Aber hier ist jetzt, sagen wir mal, das ist die Hauptstraße. Wo kommt das hin? Von der Biegung her? Da müsste er da oben sein. Wenn ich das jetzt so richtig deute. Scheiße, ich glaube, ich muss echt ins nächste Caf reisen. Der hat hier, glaube ich, schon alles leergeräumt. So, die Hauptstraße immer geradeaus. Ne, hier ist noch Häuser zu. Ja, hier ist im Moment noch Ruhe. Ja, einer war hier, aber der hatte mich gerade zugetextet. Nur ich konnte jetzt nicht antworten. Da ist wieder ein Zombie. Da ist noch einer. Also hier haben wir viel Spaß. Also Dosenfutter habe ich jetzt schon mal ein bisschen gefunden, aber ich habe hier, glaube ich, keinen Platz mehr. Also mein Zombie ist tot. Deiner? Der kommt gerade angerannt. Jo, ich hole mir. Wo? Jo, das nennt man Teamwork. Auf jeden Fall. Jo, brauchen wir immer noch einen Brunnen. Egal, suchen wir halt irgendwo, keine Ahnung. Hier links haben wir das Medi-Center. Jo. Da kannst du dich orientieren. Ja, das sehe ich halt hier auf der Karte nicht. Ob hier irgendwas ist. Medi-Center oder sowas. Ich sehe ja nur Straßen. Hä? Was ist denn das? Hä? Keine Ahnung, das scheint irgendwie ein Bug zu sein. Ich habe jetzt den Rucksack zwischen meinen Beinen. Den kann ich so hinter mir her schieben. Gefallen links müssen. Wenn das immer noch die Hauptstraße ist, weiß es halt nicht. Okay, doch nicht. Verrottete Bananen schleppte der Typ sogar mit sich rum, äh. Das immer noch die Hauptstraße ist immer richtig. Glaube ja. Weil das immer jetzt schon wieder aus Ausgang. Ja. So eine Scheiße. Ich weiß nicht, im Kaff habe ich schon mal den Brunnen gehabt. Ich weiß nur nicht mehr wo. Könnt ihr euch mit der App nicht irgendwie orientieren oder so? Also näher des, äh, Hospiz sollte eigentlich im Brunnen sein. Weißt du nicht, wo du das siehst auf der App? Achso, ja. Hm, normalerweise siehst du da auch so ein, 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 wie so ein Wasserhahn. Das Ding aus. Ja, ja, das meine ich ja. Aber man muss jetzt erst mal wissen, wo man selber. Achso, ja gut, das ist bei der App natürlich ein bisschen schwieriger, das stimmt. Ähm. Du willst auf jeden Fall schon mal eine Axt. Doch, glaube ich, das falsche Kaff. Ja, das ist das falsche Kaff, wo ich dich markiert habe. Jelem heißt das aber nicht. KH war da keine Rede. Nee. Ist doch ziemlich weit drin im Ort, was ich hier markiert habe. So weit war man gar nicht vom Strand weg. Voll die Städtenplayer. Du, wie schreibe ich ihn? Ja, nee? Äh, musst du, ja, das würdest du, musst umstellen. Ja, was muss ich da umstellen? Feststell-Taste, feststell-Taste ist labern. Ja, ich will ja schreiben. Achso, du kannst auch feststell-Taste und dann machst du Voice over IP. Ja, das bringt mir ja nichts, das labert Englisch. Achso, ja, von... Sagt doch Friendly, Friendly, oder was weiß ich? Nein. Interact Multiplayer. Ähm, Spielerliste Chat ist Querstrich. Äh... So geht das. So geht das. Wenn du das sagst. Gott. Geh mal weiter. Ich will jetzt... Ich muss jetzt erst mal die Map gucken. Warte kurz. Alter, das ist doch... Rotem Drakon, Powerblend. Da ist die Map zu Ende. Hier vorne sollte auch einer sein. Wenn wir richtig stehen. Wo bist denn du? Da kommt ein Zombie, ne? Ja, ja, habt schon, im Visier. Okay. Ja, ich bin angesprungen. I feel blue dropping. Jus. Sit, Jus. Okay, hier steht doch keiner. Doch ja, ich muss jetzt zuerst mal gucken, wo wir jetzt hier eigentlich sind. Also ich richte mich ganz nach euch. Wenn ihr mir sagt, wo ihr seid, dann renne ich da in die Richtung. Also ich habe jetzt hier so ein paar Sachen gefunden. Ich denke mal, dass... Ich weiß, wo einer ist. Komm mal mit. Gott. Das Kaff heißt auf jeden Fall, ähm... B... Boah, Junge. BEP. Ein E mit zwei Punkten. Ein 3, ein N, ein H und ein O. So. Gott, oh Gott. Habt ihr euch da markiert oder so? Was? Habt ihr euch da nicht markiert auf der App? Nein. Nein. Why not? Ich finde es ja nicht. Nein, das not ist das nicht. Nein, ich sage why not. Wo bist denn du jetzt hingerannt? Äh, wo stehst du? Ja, oben an dem Schild immer noch. Ah, okay. Ich komme zu. Soll ich dir ja wieder ein Bild machen, Sterne? Bitte? Soll ich dir ja wieder ein Bild machen? Oh ja, mach mir wieder ein Bild. Mach mir wieder ein Bild, dann kann ich wieder suchen. Moment. Wow, da war ein Zeug. Da muss doch mal ein Facebook gehen, ne? Ja, mach ich gleich. Musst ja erstmal machen. Kamera. Kamera. Geht doch. Boah. Blöder Sack. Screenshot vom Allerfeinsten. Ja, warte, ich muss jetzt eben aus dem Kaffee raus, so dass du in der Ecke wo sicher ist. Toxi, hast du noch Verbände? Nein. Wieso? Schlecht, nicht Blüte. Hast du dein eigenes T-Shirt, hinterreißen? Nein, ich hab's unbedingt schon umgetauscht gegen ne Jacke. Dann musst du wohl die Jacke zerreißen. Das geht nicht. Geht das auch? Nein. Sicher doch, normalerweise schon, oder nicht? Nein. Da findet man bestimmt ein neues. Der muss aber schnell, wenn der Blut ist, dann muss er schnell was finden. Weil ich hab keine mehr, ich hab nur zwei rausgehabt und zweimal wurde ich ja schon angegriffen. Dann müssen wir halt mal schnell hier irgendwelche Häuser durchsuchen. Ich weiß gar nicht, kann man auch ins Wasser? Nicht weit. Nicht weit. Hast du schon probiert, oder was? Jupp. Da ist gar nichts drin in den Hütten hier. Also ich schwimme gerade. Warum schwimmst du? Ich weiß nicht, ich bin gerade bei. Ich dachte, ich wollte einfach mal gucken, ob man das machen kann. Der schwimmt. Der schwimmt. Der schwimmt. Der Rucksack, der Rucksack kann man nicht zerreißen. Ich hab Verbände gefunden. Sauber. Ich bin im Hospiz wieder drin. Okay, dann komm ich jetzt zu dir. Wenn ich das Haus durchsucht hab. Soll ja nichts liegen lassen. Hast du auf der Städten Zombie? Wo? Irgendwo, auf der Straße. Ach. Vor allem aus Piez. Ich weiß ja nicht, wo, wo das gerade ist. So. Ich hab irgendwo da drüben. Also ich bin jetzt auf der Insel. Rüber geschwommen. Und ich blute schon wieder. Dann verbinde dich halt schon wieder. Hast du dir jetzt glatt gemacht? Ich hab keine mehr. Hast du den wenigst glatt gemacht? Naja. So, ich werd jetzt mal... Ich werd das Let's Play jetzt eben wieder benden. Dann machen wir gleich weiter. Ich guck mal, wo du bist. Dann machen wir weiter, oi? Jo. Bis später, euer Sterni.